Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Junge, Rolf, ich hab doch selbst wilde Streiche gemacht. Versteh doch, ich möchte dir manches ersparen. Ich versteh dich, Vater. Siehst du, in deinem Alter, das ist wie gährender Most. Der tobt gegen die Wände, will die Reifen des Fasses sprengen. Stich's. Aber warte ein paar Jährchen und du wirst nicht mehr mit geballter Faust die Menschen ändern wollen. Sondern mit erkennen. Und verstehen. Bluter Guss. Schlagring. Worum es heute geht, Vater. Das ist keine Frage zwischen ausgegoren und unausgegoren. Keine Generationsfrage. Sondern? Das ist, Vater, verzeih das harte Wort, eine Klassenfrage. Da haben wir's wieder. Diese geistige Bombe. Diesen Knalleffekt in euren roten Studentenversammlungen. Klassenfrage, Klassenkampf. Ich warte auf deinen Neujahrskuss, mein Junge. Gleich, Ellen. Mutter, dein Ritter muss sich erst rasieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020